Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutez-Feld zum Lutez-Riss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Was nennten Sie die dann Bruder, wenn sie eigentlich das gleiche ist wie er, bloß in einer anderen Welt? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Hosen, Geisterposse beim Töten. Mit einer Kräftefalle besteht eine Chance, 50 Prozent, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter verbindet. Oh! Hört sich nicht schlecht an, aber ich schaue ich bald lieber den Geistervogel. So, hinten geht es noch runter, habe ich gesehen. Da sehe ich noch ein Audiophon wieder. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ein Abflug. Überhaupt gar kein Interesse, mich mit euch anzulegen, aber ihr müsst ja erst mal ankommen. Und Stress machen. Muss denn das erst mal sein? Knopf unter der Kasse? Hier, oder was? Nee. Was ist der Buchlan? Was nennt denn der? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Komm her. Na, da. Ja. Oh, hi. Holy, dieud. In einer Kasse Wie soll die alles da? Kommt die noch oder war die schon? Das würde mich halt jetzt mal interessieren. Wenn wir jetzt hier weiter gehen kommen wir überhaupt nicht mehr zurück und es macht aber auch keinen sinn jetzt irgendwie zurück zu gehen. Ok, da kam jetzt kein Geräusch, dass wir den übernommen haben. Warum auch immer. Na gut. Ja, geh mal weiter. Uh, das war ein bisschen laut. Da ist eine Kasse. Und da ist diese? Möglicherweise, man weiß das nicht. Da rüber komme ich schon mal nicht. Großraum kann ich die auch nicht. Mann ey. Die Elisabeth muss auch manchmal echt im Weheraum bestehen. Jetzt sollen wir extra einen suchen oder was? Ah, hab ich gesehen. Vielen Dank. Das könnte es sein. Was? Was? Wieso warst du so scharf darauf Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, Buck. Oh. 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 Schocken Was für eine Schallstatue Kann nicht wahr sein 0451 Elisabeth, du versprich es Ich werde ihn stoppen Nein Dieses Versprechen kannst du nicht halten Aber bitte Wenn es so kommt Lass nicht zu Dass er mich zurückbringt Dazu kommt es nicht Okay Ja, der sagt mir nicht Wir müssen die umbringen irgendwann Das wäre uncool Hallo, push Äh, ja Bereich verlassen Ab nach Downtown Emporia Oh shit Ähm Ähm Eigentlich nicht heraus Schade Dann Abflug Schön, wenn ihr das wollt Ich muss mich erstmal hier unten umgucken Ne, ist ein falsches Lied Das ist der zweite Aufzug Ich füge mal in die andere Richtung Könnte zwar da unten lang Aber Was? Oh mein Gott Oh mein Gott Da oben Ruhig'n da hoch Äh, nehmen wir die Ah, das Kommt mir Oh shit Oh shit Du bist ja so hier noch Aha Beikampf gewonnen Beikampf gewonnen Oh shit Raketen Boah Oh shit da hinten Hey Handy Hey Handy Danke Aber ich glaube Ich tausche Oh shit Oh shit Oh mein Gott Komm schon Oh shit Ich sehe zu, ob ich noch was finde Oh leil, der ist ausgewichen Oh Hi Was ist das? Wahrscheinlich nicht, wenn ich das höre Oh mein Gott Nice Sehr gut Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie wieder hochkomme Weil ich will mein altes Geschütz wieder haben Hier ist ein Schloss Sieht einfach aus Was sagst du jetzt? Fertig Hi Nicht viel drin hier Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten Kollegen bezeichneten mein Luteßfeld als Quantenlevitation Aber das trifft es nicht Levitation, das klingt nach verkehren und faulem Zauber Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann Warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Richtig Warum nicht Oh, guck mal hier Gesundheit, Munition, Karabiner Nehmen wir einmal mit Munition für Salven Nehmen wir auch einmal mit Da haben wir nämlich das alles voll Wo können wir jetzt Auch wenn wir jetzt davon Oh, da ist Medizin Also zweimal Munition vielleicht weggeschmissen haben So, was hast denn du jetzt noch? Panzerfaust Panzerfaust, Geschwindigkeitsboost Nehmen wir mit Nehmen wir mit Magazinvergrößerfaust Nehmen wir mit Nehmen wir mit Magazinvergrößerung, nehmen wir mit Und verringert die Salzkosten Und verringert die Salzkosten Sender Ich jetzt hier richtig? Ich bin hier richtig Fuck Wird eigentlich hier noch nicht lang Ein Köder? Ja Na dann Geht klar Sieht aus wie ich So Wir hatten hier ein paar Leute abgeknallt Ist hier irgendwas Salz Das ist gut Das andere war Panzerfaust Braucht man nicht Ammonie Ich habe keine Ahnung So, wo geht es hier rein? Ziemlich düster Lockpick Hier bin ich jedenfalls nicht richtig Oh Nice Drei Sturmfilme Geh mal mit Also ich habe jetzt nicht gesehen Dass hier irgendwie das Profil gespeichert hat Ich muss ich gleich nochmal gucken Nicht wenn mich der Kampf dann wieder erwartet Wie es beim letzten Mal war Ganz gerne genau da weitermachen Wo es wirklich speichern tut Hier fällt gerade auf Mir fällt gerade auf Wir hatten heute noch keine Bildschirmminimierung Warum auch immer Nicht so wie die letzten Male Zum Anfang Sehr gut Wir müssen zu Comstock Housebook Ja Wasch mich Was Wasch mich jetzt nicht Was wir hier drin sein Aber Gut Wir haben einen Haufen Zeug gefunden So ist nicht Aber kurz hier Aber kurz hier Sieht einfach aus Comstock House ist jetzt in der Richtung Bitte Und immer noch Wo bin ich hier Ah Ich probiere es mal Ein Codebuch Wo wohl die Schäfre ist Ja Werden wir sehen Du hast geöffnet Kannst du dir das mal ansehen Na klar Was denn noch Nice Noch ein paar Lockpicks Sehr gut Mal wieder hoch Ist das ein Schiff Nice Lockpick Sehr gut Ist das hier ein geiler Ist das hier ein geheimes Areal Oder Warum gibt es hier so viele Lockpicks Zu knacken Also Schlösser zu knacken Das will ich nicht Mal Ja damit Ich habe zwar 5000 Aber hey Ah guck mal Leben Genau das Was wir jetzt brauchen Ja genau das Was ich jetzt Ah guck mal Was hier liegt Im Kopf Abgerupft Was hier liegt Was hier liegt Was hier liegt Was hier liegt Das stelle ich mir richtig gut vor. Das ist so als Fähigkeit. Kann ich mir vorstellen ist das richtig... Das ist richtig nice. Wo sind wir hier? Es. Alles verlassen. Wir sind jetzt zum Teil richtig gelaufen. Bring mich doch rein. Oh nice, wieder ein Geschenk. Bei Nahkampfscham für eine Chance Feinde in der Nähe zu schocken. Oh nein. Okay. Dann wieder raus. Elisabeth! Oh, das war was falsches. Boah! Einfach mal drüber geschmissen. Wo hier? Was sagst du jetzt? Oh, warte mal. Ich seh gerade... Äh... Da. Da, 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 da. Nein, nichts neues. Da, oh, nichts neues. Das ist auch nichts neues. Warte mal. Doch, Moment! mamy yeni unos... Nö, braucht man nichts. Ein Haufen Kohle, Alter, was ist denn hier los? Umgeht's hoch. Wo denn? Ach, da unten, nice. Okay. Äh, die Folge geht heute wahrscheinlich etwas länger. Dadurch, dass ich halt jetzt noch nichts gefunden habe. In die Richtung, okay. Nein, nein, nein. Nein, nein. So. Oh ja, die Folge geht doch ganz schön lange. Ähm, auf die Gefahr, dass ich jetzt wahrscheinlich zurückgesetzt werde, werde ich einfach mal, äh... Das Haus kenne ich. Es gehört Albert Fink. Ich, ich liebe seine Musik. Ob er wohl da ist? Wow. Ernsthaft? Diese Musik? Was? Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft seilen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Hier sind wir nicht richtig, aber was wollen wir hier? Oh. Okay. Äh, nee, ich würde sagen, wir machen jetzt doch mal hier Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Die Folge ging heute... Oh, zehn Minuten länger, würde ich es fast sagen. Ähm, bis hin. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns, denke ich mal, hier an dieser Stelle wieder. Sollt ihr alles finden. Bis dann, äh, viel Spaß euch noch heute rein. Ciao.